Wie deine IT-Techniker direkt im Serviceeinsatz verkaufen. Das größte Problem bei vielen IT-Unternehmen zurzeit, es gibt zu wenige Aufträge, zu wenige Projekte, zu wenige Verkäufe. Und deine Rettung wäre es, wenn deine Techniker ab sofort direkt im Serviceeinsatz verkaufen würden, aber deine Kunden würden nämlich auch bei deinen Technikern kaufen, denn diesen Technikern vertrauen sie eben auch. Was ist das große Problem dabei? Techniker hassen es zu verkaufen. Sie empfinden Verkaufen als etwas regelrecht Unehrenhaftes, aber deine Techniker lieben es, die Retter für ihre Kunden zu sein. Sie möchten sich also wie ein Retter fühlen. Nun, ich kenne das aus meinem eigenen IT-Unternehmen, es erging mir meinem eigenen IT-Unternehmen genauso und irgendwann hatte ich die perfekte Lösung gefunden, um meine Techniker fit zu machen im Verkaufen direkt im Serviceeinsatz. Und in dieser Zeit ist mein eigenes IT-Unternehmen innerhalb von nur zweieinhalb Jahren von 13 auf 42 Mitarbeiter gewachsen und ich habe seitdem hunderten von anderen IT-Unternehmern gezeigt, wie genau das funktioniert. Und wir sorgen dafür, dass deine Techniker das Verkaufen lieben lernen, regelrecht lieben lernen und mit unserem Online-Schulungsprogramm Techniker Verkauf im Serviceeinsatz wird uns das auch gelingen. Nun, was gehört dazu? Wir erreichen das Ziel. Wir zeigen deinen Technikern in unserem Online-Schulungsprogramm das positive Retter-Mindset zum Verkaufen, dann die richtige Gesprächsführung, wie verkauft man mit einer Sogwirkung statt mit einem Druck und wie verkauft man Managed Service-Verträge von je nur einer DIN-A4-Seite aus, genauso auch andere IT-Lösungen und Checklisten und Qualifizierungsfragen zur Bedarfserkennung und zur Bedarfsweckung und wie holt man beim Kunden das sogenannte Bauchjahr ab. Das Bauchjahr bewirkt, dass der Kunde sagt, ich weiß noch nicht ganz genau, mit welchen Geräten Sie die Lösung machen, aber bitte verkaufen Sie mir diese Lösung und wie hole ich mir eine Kostenfreigabe ein, das zeigen wir deinen Technikern auch, dass Sie nämlich beim Kunden draußen schon eine Aussage reinholen, wie etwa, wenn diese Lösung für etwa 500 Euro im Monat zu machen ist, dann liefern Sie die bitte nächste Woche. Das sind die Ergebnisse und deine Techniker absolvieren dieses Schulungsprogramm parallel zu dem Arbeitsalltag mit nur 60 Minuten Aufwand pro Woche und das bei freier Zeiteinteilung. Also wir sagen dir jetzt schon, innerhalb von vier Wochen wirst du das perfekte Ergebnis bei deinen Technikern bewirkt haben. Alles, was du dazu brauchst, ist die Soft-Skill-Flatrate für IT-Mitarbeiter und wir übernehmen dabei die Online-Schulung von deinen Mitarbeitern, wir machen sie fit in diesen Themen und direkten Verkauf im Serviceeinsatz für die Techniker, das zeigen wir Ihnen. Darüber hinaus zeigen wir Ihnen aber auch noch, wie funktioniert die serviceorientierte Kundenkommunikation für Techniker perfekt, wie können deine Techniker besser mit Kunden kommunizieren, dass sich die Kunden abgeholt fühlen und darüber hinaus haben wir noch unser IT-Mover-Programm, das ist nämlich eine digitale Einarbeitung für neue Azubis und Quereinsteiger in die IT. Klicke jetzt hier, wenn du mehr erfahren möchtest, wir zeigen dir, wie wir mit unserer Mitarbeiter-Soft-Skill-Flatrate deine Techniker fit machen für den nächsten Level in deinem IT-Unternehmen. Bis dahin, dein Marc Bergmann.